Antenne Vorarlberg ist ein privater Radiosender mit Sitz bei Roos Media in Schwarzach, Österreich. Das Unternehmen agiert unter der offiziellen Firmierung Vorarlberger Regionalradio GmbH. Geschichte Antenne Vorarlberg sendet seit dem 1. Juni 1998. Durch ein gezieltes Erlebnis und Szenemarketing konnte der Sender in den 2000er Jahren seinen Marktanteil kontinuierlich steigern. Im zweiten Halbjahr 2009 übersprang der Sender zum ersten Mal die Reichweitenmarke von 20% bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Im Dezember 2011 wurde eine Kooperation mit TomTom gestartet, um die Aktualität der Verkehrsmeldungen zu erhöhen. Ein technischer Meilenstein war der Bezug der neuen digitalen Sendestudios im Mai 2012. Im zweiten Halbjahr 2014 überholte Antenne Vorarlberg. Schließlich auch die öffentlich-rechtlichen Radiosender und erreichte in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen mit 27. 5% die größte Tagesreichweite aller privater und öffentlich-rechtlicher Sender in Vorarlberg. Programm Antenne Vorarlberg sendet eine Mischung aus Musik, Nachrichten, Informationen und Service mit dem Schwerpunkt auf die Region Vorarlberg. Musik Antenne Vorarlberg spielt ein AC-Format aus Pop- und Rockmusik und setzt dabei auf einen Mix aus Kulthits der 80er und 90er Jahre sowie aktuellen Hits. Das Programm des Radiosenders richtet sich an die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen aus der Region Vorarlberg sowie den angrenzenden Regionen in Süddeutschland und der Ostschweiz. Nachrichten Der Radiosender präsentiert seine Nachrichten stündlich immer 5 Minuten vor Stundenbeginn, was im Vorarlberger Radiomarkt ein Alleinstellungsmerkmal ist. Der Fokus liegt in den Nachrichten bei aktuellen regionalen Meldungen aus Vorarlberg und der Bodensee-Region. Dazu kommen nationale und internationale Meldungen. Informationen und Service der Sender informiert regelmäßig über Veranstaltungen in Vorarlberg. Regionale Verkehrsmeldungen erhält Antenne Vorarlberg direkt über die Polizeistellen, die ASFINAG und den ÖAMTC sowie über die Echtzeitmeldungen von TomTom HD Traffic. Über eine Hotline und via WhatsApp können Hörer Verkehrsmeldungen weitergeben, die anschließend in das Programm genommen werden. Empfang Der Sender wird im gesamten Gebiet des Bundeslandes Vorarlberg übertragen. Analoge terrestrische Frequenzen unter Land 106,5 MHz. Bregenzerwald 102,7 MHz. Feldkirch 105,1 MHz und 104,1 MHz. Bludens 101,1 MHz. Montafon 100,2 MHz und 103,1 MHz. Kabelnetze Sieben Vorarlberger Kabelnetze und ein Kabelnetz in der Schweiz Web Radio 12 Spatenradios, die online abgerufen werden können. Die Spatensender bedienen jeweils spezielle Musikgenres. Marktanteile Im April 2016 wurde bekannt, dass das Marktforschungsinstitutes GfK Austria, das im Auftrag der österreichischen Radiosender den Radiotest mit den offiziellen Hörerzahlen veröffentlicht, die Reichweiten der Vorjahre manipuliert hat. Die korrigierten Hörerzahlen für das Jahr 2015 weisen Antenne Vorarlberg mit einem Marktanteil von 32% in der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Hörer aus. Damit ist Antenne Vorarlberg Marktführer in Vorarlberg und überholt als erster Privatsender Österreichs das nationale öffentlich-rechtliche Programm. Ö3 Gesellschafter Gesellschafter der Vorarlberger Regionalradio GmbH sind Russ Media Verlag GmbH und die Telefon- und Buchverlags GmbH.